Eine Narkose birgt eigentlich gar keine Gefahren. Wir sind mittlerweile aufgrund der Entwicklung der Narkosemedikamente, der Überwachungsmöglichkeiten für eine Narkose so weit, dass wir den Patienten, wenn er denn schläft, lückenlos, von allen Seiten, problemlos überwachen können. Von daher braucht man keine Angst vor der Narkose zu haben, weil gefährlich ist eigentlich eher die Operation. Es gibt verschiedene Formen einer Narkose. Es gibt die sogenannte Vollnarkose oder Allgemeinanästhesie, wo das allgemeine Bewusstsein des Patienten ausgeschaltet wird. Und es gibt die sogenannten Teilnarkosen. Das sind regionale Narkosen, die wir entweder in der Nähe des Rückenmarks im Bereich der Wirbelsäule anlegen können oder aber an entfernten Nerven vom Rückenmark, an sogenannten peripheren Nerven, wo wir sowohl an den Armen als auch an den Beinen ganz viele Möglichkeiten haben, eine Teilnarkose durchzuführen. Und während dieser Teilnarkose kann der Patient auch, wenn er es möchte, schlafen, um zum Beispiel im Operationssaal die Geräuschkulisse, wenn er es nicht möchte, nicht mitbekommen zu müssen. Die Vorbereitung auf eine Narkose ist schon für den Patienten insofern wichtig, als dass er alle Medikamente, die er normalerweise einnimmt zu Hause, dem Narkosearzt im Aufklärungsgespräch erzählt, damit wir wissen, welche Erkrankungen der Patient hat. Und es gibt auch Medikamente, die eine Zeit lang vor der Narkose abgesetzt werden müssen. Das besprechen wir mit den Patienten. Und es gibt Medikamente, die auch am Tag der Operation vor der Narkose unbedingt eingenommen werden müssen. Auch das besprechen wir mit den Patienten. Und so kann der Patient uns in dem Aufklärungsgespräch, wenn er uns alles erzählt, sich gut auf die Narkose vorbereiten, sodass wir ihn gut überwachen können. Nach der Narkose kann es sein, dass es manchen Menschen, manchen Patienten schlecht ist nach der Narkose. Und auch da können wir uns speziell darauf vorbereiten. Wir wissen, dass es ein bestimmtes Patientenklientel gibt, zum Beispiel Raucher, die eine größere Last damit haben oder Menschen, die eine Reisekrankheit haben. Und wir haben die Möglichkeit, uns auf diese spezielle Situation für diese Patienten einzustellen, weil wir dann eine ganz besondere Form der Narkose und der Medikamentenführung bei diesen Patienten machen.